Amir Ali Khan-Rudi, acht Jahre, Todesursache unbekannt. Als er im Krankenhaus ankam, war er schon tot. Wann war das? Gegen drei Uhr morgens. Ist er in der Halle? Ja. Woher kennst du ihn? Er ist der Sohn von Bekannten. Der Laborbericht hat es bestätigt. Ihr Sohn ist eindeutig an einer Fleischvergiftung gestorben. Und Mossa. Ganz ruhig. Und weiter. Wie gut kennst du sie? Ich habe vorgestern einen Unfall mit ihm gehabt. Das hätten wir bei der Obduktion gesehen. Glaub mir. Nicht unbedingt. Warum sollten sie dir gesunde Hühner so billig verkauft haben? Sag's mir. Reiß dich zusammen. Glaubst du echt, dass ich so dämlich bin? Du hast meinen Sohn umgebracht. Bist du kein Mann, hast du keine Ehre. Lass mich los! Lass mich los! Vielleicht war der Unfall ja doch die Todesursache. Du bist dir doch gar nicht sicher. Mein Sohn ist tot, verdammt nochmal. Er ist gestorben. Er gibt dem Hühnerverkäufer die Schuld am Tod seines Sohns. Ach ja? Du wiederholst dich. Er ist gestorben. Er ist gestorben. Untertitelung des ZDF, 2020